Heute ist der vierte Dezember, der Barbara-Tag. Und da gibt es die Tradition, dass man einen Kirschzweig abschneidet und ins Wasser stellt und der wird zum Heiligen Abend blühen. Und das ist eine schöne Geschichte der Barbara von Nicodemien. Können Sie nachlesen im Internet. Dazu gibt es ein Lied, wir messen mit knospenden Zweigen. Die Zeit Nummer vier in Durchhohes und Tiefes. Wir messen mit knospenden Zweigen die Zeit. Vom Knospen zum Blühen ist's nicht mehr weit. Wir hüten die Blüten in unserem Haus. Sie sagen im Winter den Frühling voraus. Wir trauen dem Zeichen, dem Zweig und dem Kind. Wenn wir im Dunkeln beisammen sind. Wir messen mit knospenden Zweigen die Zeit. Vom Knospen zum Blühen ist's nicht mehr weit. Wir messen mit knospenden Zweigen. Wir messen mit knospenden Zweigen. Wir messen mit knospenden Zweigen.